Die Coworking Academy wurde vor zwei Monaten circa gegründet mit dem Ziel, dass das gute Spezialwissen, was hier im Coworking Stuttgart vorhanden ist, zum Thema IT, zum Thema Entrepreneurship, zum Thema was auch immer, was auch immer den Horizont der Teilnehmer erweitern kann, das alles zu bündeln und anzubieten anderen Coworkern und natürlich auch der breiten Öffentlichkeit. Und eines dieser Themen, die jetzt demnächst angeboten werden, ist der Selbstmarketing-Workshop. Ein Workshop, den ich durchführen werde für Selbstständige, Unternehmer und alle, die eine Antwort haben wollen auf die Frage, was machst du eigentlich so? Das heißt, wenn du wissen möchtest, was du ab sofort auf so eine Frage antworten kannst oder wenn du eine gute Antwort haben möchtest auf die Frage, was macht dich eigentlich besonders, was hebt dich ab von deinem Wettbewerb, dann ist dieser Workshop genau das Richtige für dich. In diesem Workshop reden wir über Positionierung, über USP und ganz wichtig, über die Geschichten, die du ab sofort deinen Kunden erzählen kannst. Also 14. Juni hier im wunderschönen Greenspace im Coworking 0711, Anmeldung unter CoworkingAcademy.org. Ich freue mich drauf. Einfach hier klicken, da klicken, da klicken oder da klicken, egal, irgendwo ist der Anmelde-Button. Ihr dürft gespannt sein. Bis dann. Eben. Eben. Vielen Dank.